So, ne, also ich kümmere mich jetzt wirklich jetzt nur noch um die Mai, wenn ich, wenn, wir sind nämlich vorhin auch einmal im Kreis gelaufen und sind dann zweimal in die Falle gerannt, aber ist gut, wusste nicht, dass das ein und dasselbe ist, weil hat er ja vorhin die Orientierung verloren, wo wir langgelaufen waren. Ist hier was? Ah, hier ist auch was, schön. Also, wir gehen jetzt einfach zum Mai und dann haben wir das. Jetzt werden wir auch noch hier in die Falle gelockt, nur weil wir jemandem helfen wollen. Ne, ne, das reicht jetzt mit Hilfe. Müssen wir uns selber helfen. Nein, ist keiner da. From the top of this railcar, I could reach the ground point. Guck! Ich hoffe wir sind jetzt wirklich hier richtig. Das ist jedenfalls wo wir hier runter gerutscht waren, am Anfang. Komm, nimm, den Wurfhaken, jetzt, yippie, wir sind wieder hier, fein, okay, dann müssen wir hier hoch und dann da rüber und dann sind wir dann wieder bald bei der Mai und dann denke ich mal werde ich dann auch eine Aufnahmepause machen, dann nimm jetzt schon eine Stunde auf, aber ich werde denke ich mal schon noch einiges rausschneiden müssen, weil einiges hat sich ja doch wiederholt, aber das war ja echt wirklich ein Abenteuer hier, um an die Kiste zu kommen, aber es lohnt sich auf alle Fälle, wenn wir das Mädchen helfen können, dann hat sich das alles auch gelohnt. Und da draußen auf den Straßen sind noch einige Lebende, Überlebende besser gesagt, die zwar Hilfe brauchen, aber auch einige Hinterhältige. so, selber schuld. Gibt es hier noch mehr? Ja, man kann das wirklich verstehen, dass die Leute hier ängstlich sind, weil, wie gesagt, es gibt hier kaum noch Ressourcen und also Lebensmittel und sowas alles und dann sind ja die Menschen leider schnell dabei, anderen auch das letzte Hab und Mut wegzunehmen, weil jeder denkt natürlich an sein eigenes Leben, aber ich weiß, ich denke man könnte man könnte doch in der Not wirklich zusammentun. sehen Sie? ja. 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 Jamie. Ja. wir dann auch zum richtigen Weg. Weil einfach wird die Sache hier nämlich nicht. Klar gibt es hier welche, die hier auch Hilfe brauchen, aber eigentlich wirklich lohnt sich das dann nicht. Da die zu suchen, weil wie gesagt bei einem der Versuche hier habe ich da auch noch eine Frau gesucht, das war glaube ich doch, das war ja die Frau, genau die jetzt hier so ruft. Ich sage immer nö, das hilft mich manchmal selber. Das ist so eine dumme Angewohnheit. Naja, jedenfalls die da jetzt ruft, das ist die. Wir sagen, wenn dieses Symbol da auftaucht, was sich da so dreht und dann ein Quadrat erscheint, können wir dann diesen Wurfhagen benutzen und dann einmal Tatsachen spielen und dann kommen wir an unser Ziel und überwinden dann diese Tiefen unter uns. Hier können wir eigentlich ganz schnell laufen. Also ich weiß auch nicht, ich habe das noch nicht gerendert, die Folge ist davor, aber wenn ihr das seht, jetzt seht, habe ich das natürlich schon. Ah ne, wir müssen hier runter. Ich denke mal, einen oder zwei Versuche, die ich hier schon gemacht habe, kann ich ja vielleicht dabei lassen, aber ich muss mal gucken. Ein bisschen schneiden musste ich jedenfalls bei der letzten Folge oder letzten zwei Folgen und das lässt sich halt nicht vermeiden, dass man halt ein bisschen was rausschneidet oder so, weil ich will das ja auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Aber klar, ein, zwei Versuche kann man doch schon noch drin lassen, weil es ja normal, dass man nicht immer alles gleich beim ersten Mal schafft. Genau. Hier sind wir nämlich runtergekommen, nachdem wir hier aus der Mall da gekommen sind und dann mussten wir hier runterrutschen. in den schönen Sch... Staub rein. Sch... Staub. Fulte scheues Staub, äh. Ich habe eine Stauballergie. Ja, genau. Das sieht zwar nicht gerade sehr vertrauenserweckt aus, aber wir müssen den Wurfhagen an diese... Antell... Laterne ranmachen. Ran... Ah, uh, uh, wäre beinahe zu wenig Schwung gewesen. Uiuiui. Ah, ich freue mich ja bald wieder Mai zu sehen. Ah, und ihr helft zu helfen. Weil hier draußen ist es ja echt übel. Und dann bin ich mal gespannt, wie es dann wohl weitergehen wird. Ja. Ja, und dann jetzt hier mal ein schöner Sprung nach oben. Eigentlich wollte ich auch nicht so das Spiel jetzt so, ähm, gerade nicht einfach nur durchspielen. Ja, dann... Please. Please. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Okay, okay. Just whatever you want. Don't shoot. I'll do whatever you say. Ich kann mich erschießen. Ich bin gesagt, dass meine Pokémon 4 ist zu schade. Aber im Leben kann ich mich auch nicht lassen, na? Erdrosselst du mich? Ich bin der Rücks. Ja, was ich eigentlich sagen wollte, ich, ähm, will nicht nur diese Hauptziele machen. Eigentlich will ich ja schon hier nebenbei noch die anderen Sachen machen, aber wenn ich da selber zu viel Ausdauer und Energie verliere, und, äh, ja, dann bringt das alles auch nichts. Dann verlieren wir die ganzen Ressourcen, die wir selber brauchen, für nichts eigentlich. Also wir verlieren die und, um welche zu bekommen. Also letztendlich bleibt sich das Gleiche oder, beziehungsweise, verschlechtert sich. Klar, wir kriegen vielleicht noch ein paar Wiederholungen, aber, ich mein, ist auch nicht so schlimm, wenn man dann mal beim letzten Speicherpunkt mal wieder anfängt. Und ein paar Wiederholungen haben wir ja noch. Hey, Leute, schau. Hey, ich möchte nicht, ich möchte nur nach Hause. So, ja, das war natürlich nicht so toll. Hätte es anders machen müssen. Ich hoffe, May ist all right. Genau, ich fand euch. Ihr seid zu viert, das ist unfair. Oh Mann, das ist unfair. Der eine holt dann wieder hier die Waffe. Fünfter schneller Kill. Das bringen mir jetzt auch nicht viel. Oh, ich hoffe, ich krieg das jetzt gleich hin. Ich hoffe, May ist all right. Was machst du hier, Junge? Ich lass euch in Ruhe, ehrlich. Ich weiß, wie viel Probleme hier ist. Ich weiß, wie viel Probleme hier ist. Ich lass euch in Ruhe, ehrlich. Ich lass euch in Ruhe, ehrlich. Ich lass euch in Ruhe, ehrlich. Ach nein. Man kann dann nicht einfach mal so an die vorbei. Ich hab nur eine Kugel und... Ich hoffe, May ist all right. Hey, Hugh! Ich kann dich sehen. Well, well, was do we have here? Du magst wirklich nicht Strangers. Oh Mann, ey, ja. Aber so kann es geben. Wenn ich das mal den... Okay. So, sind wir wieder hier bei diesen Deppen. Danke. So, wir sind alle. Uhhh... Die Helpe May ist all right. What the hell do you think you're doing? What are you doing? Die Helpe May is all right. Whatever you want. What the hell do you think you're doing? What are you doing? Was it? Push him down! He's black! Push him down! He's black! Hush! You're black! You're black! You're black! You're black! Oh Mann! Oh Mann! You activate me! Keep back! Oh Mann! So! Jetzt haben wir die endlich gekillt hier, die Säcke. Aber wir sind auch so gut wie tot. Das hätte man vielleicht auch noch ein bisschen schlauer machen können. Okay, es gibt immer jemanden, der sich in die Säcke hat. Wer das natürlich besser kann oder besser weiß. Aber ich bin jetzt ehrlich froh, dass ich es gerade so geschafft habe. Es ist auch nicht einfach. Einer gegen vier. Zwei haben da so eine Mariete dabei. Und dann noch zwei mit einer Waffe. Das ist echt nicht schön. Hat da noch jemand überlebt hier? Hat da noch jemand überlebt? Er ist dran. Naja, okay. So, wir haben jetzt aber zwei Kugeln. Es wäre schön, wenn es jetzt hier Schmerzmittel geben würde. Aber ich habe ja nur noch so da. Und das bringt uns für Gesundheit natürlich gar nichts. Scheiße. Wenn's das hier. Schmerzmittel wieder. Dann 16.